Werner Pochardt war ein österreichischer Schauspieler. Leben der ehemalige österreichische Jugendmeister im Eiskunstlauf erlernte das Schauspielhandwerk am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Dort gab er 1959 am Theater die Courage sein Debüt als Bühnenschauspieler. Es folgten Theaterstationen in Karlsruhe, in Berlin, Basel, Wien, Stuttgart und München. 1968 zog er nach Rom. Trotz späterer Filmerfolge kehrte Pochardt immer wieder für Gastspiele zur Bühne zurück. Bereits im Jahr seines Bühnendebüts wirkte Pochardt auch das erste Mal in einer Fernsehproduktion mit »Neben Elisabeth Flickenschild« in Ludwig Krämers »Der Besuch der alten Dame«, eine Adaption von Dürrenmatz gleichnamiger Tragikomödie. 1967 besetzte ihn Rolf Thiele für den Krimi »Der Tod« eines Doppelgängers als Bösewicht. Damit war der blonde Darsteller mit den stahlblauen Augen für lange Zeit auf dieses Image festgelegt. Er verkörperte sehr oft negative, psychisch labile, kaltblütige und psychopathische Charaktere. Man sah ihn zum Beispiel als Widerpart Götz-Georges im Thriller »Ich spreng' euch alle in die Luft« und von Kurt Jürgens in »Franz Antels« »Ab morgen sind wir reich und ehrlich«. Ab 1968 war Pochardt in Rom ansässig, wo er für verschiedene italienische, spanische und US-amerikanische Filmproduktionen besetzt wurde, meist in ähnlich gelagerten Stereotypen-Rollen. Er spielte neben zahlreichen international bekannten Stars wie Thomas Milian, James Coburn, Tony Curtis, Joan Collins, Bud Spencer, Richard Burton, Franco Nero, David Bowie und Marlene Dietrich, Richard Chamberlain und Gene Heckman. Darüber hinaus übernahm er Gastrollen in zahlreichen Episoden der Krimiserien »Der Kommissar«, »Der Alte« und »Derrick«. Seit den 1980er-Jahren spielte Pochardt überwiegend in B-Movies aus dem Aktion-Genre, wobei er bisweilen das Pseudonym Paul Werner benutzte. Zu seinen letzten Filmen zählen der Thriller »Der Joker«, der Actionfilm »Laser Mission« und »Der Krimi« »Die Sonne über dem Dschungel«, in dem er als Terroristenjäger einmal gegen sein Filmimage anspielen konnte. Ab 1990 betrieb Werner Pochardt zudem eine Filmagentur sowie ein Castingbüro. Seine letzte Rolle spielte er in einer Episode der Krimiserie »Peter Strom« mit Klaus Löwitsch in der Hauptrolle. Während der Dreharbeiten verschlechterte sich der Gesundheitszustand des an Aids erkrankten Schauspielers Zusehens. Am 18. April 1993 starb Werner Pochardt im Alter von 53 Jahren in den Armen seines Freundes, des Hamburger Ballettdirektors John Neumeier, an einer durch die starken Medikamente hervorgerufenen Leberzirrhose. Seine Grabstelle liegt auf dem evangelischen Friedhof Graz Sankt Peter.